Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Sonntagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.200 US-Dollar. Erster Take-Profit von unserem Trade wurde abgeholt. Herzlichen Glückwunsch an alle. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Was können wir jetzt im eventuellen Laufe des Sonntags noch erwarten, beziehungsweise mit dem Start in die neue Handelswoche? Außerdem kurzer Reminder noch an den Wochenausblick, den ich gestern hochgeladen habe. Der ist sehr, sehr wichtig für die nächste Woche. Ist auch ungefähr 20 Minuten lang geworden. Also schaut euch den in Ruhe an. Drei wichtige Ereignisse in der nächsten Woche, die großen, großen Einfluss haben können da auf die Kurse. Also wer es noch nicht gemacht hat, schaut euch diesen Wochenblick hier gerne noch einmal an. Und da ist alles drin, was ich für die nächste Woche erwarte. Beim SPX, also beim S&P 500, bei Noun Jones, beim DXY und bei Bitcoin und natürlich die ganzen News. So, und damit genug Eigenwerbung von meiner Seite aus. Wie gesagt, momentan 21.200 US-Dollar. Wir konsolidieren hier in einer Art Bull-Flag. Also was wichtig ist, ich gehe mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart. Wir konsolidieren hier schön, also bilden zwar tiefere Tiefs, aber das ist jetzt alles nicht so schlimm. Wir konsolidieren. Das ist das Wichtige in einer Art Bull-Flag. Darauf wird es jetzt natürlich im Endeffekt ankommen. Wir hätten ungefähr ein Preisziel von 21.800 US-Dollar. Und das passt perfekt im Endeffekt zu unserem Abtrend-Kanal. Den habe ich hier mal eingezeichnet. Verläuft sehr, sehr schön parallel. Höhere Tiefs, höhere Hochs, momentan zumindest noch. Und das passt auch wiederum damit überein, wo ich schon öfters gesagt habe, die 21.800, 21.900 US-Dollar. Das ist die Marke, die wir im Blick behalten sollten. Wir hätten dann nochmal einen kurzen Preisanstieg von ungefähr 3-4%. Eventuell werde ich da nochmal einen Long-Setup reinposten, aber ich bin mir momentan ehrlich gesagt zu unsicher. Werde versuchen dann eher wiederum eine Short-Position nach oben hin wiederum aufzumachen. Liegt einfach daran, wir haben hier oben eine Menge, Menge Widerstand. Klar, wir befinden uns hier im Endeffekt noch in so einer riesigen Abverkaufswelle, die wir hier hatten. Das heißt, wir haben wirklich bis 21.900 US-Dollar, bis dahin, wo die Bull-Flag gehen würde, wirklich Platz. Und dann wäre Ende im Gelände. Wir hätten dann weiterhin ein tieferes Hoch gebildet, übergeordnet. Also dieses Hoch hier oben wird entscheidend sein, die 22.800. Kann ich mir momentan aber ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass wir uns die hier wirklich holen. Auch wenn hier noch eine Menge, Menge Volumen hier drüber liegt. Aber momentan wäre jetzt erstmal das erste Ziel, die 21.800 bis knapp 22.000 US-Dollar. Und hier oben werde ich mich dann sehr wahrscheinlich nochmal Short orientieren, um eine mögliche Gegenbewegung abzuwarten. Aber grundsätzlich sieht der Markt noch relativ gesund aus. Auch von dem Pumps her haben wir sehr, sehr viel Volumen drin gehabt. Auch auf dem 4-Stunden-Chart passt alles vom Sinn her. Jetzt diese Konsolidierung mitten im Start oder vielleicht heute noch am Tag bis hier hoch. Und dann möglicherweise die erste Korrekturwelle in dem Bereich der 20.700. Wir ziehen jetzt mal vorläufig einfach mal das FIP-Level. Und das würde perfekt mit dem Golden Pocket übereinstimmen. Sollten wir wirklich in den Bereich der 21.900 bis 22k kommen, würde das perfekt mit dem Golden Pocket übereinstimmen. Und unserem Abtrend und dann wird es natürlich interessant, hält unser Abtrend Stand, um dann wiederum einen impulsiven Wig nach oben hin zu bekommen. Das wird sich dann zeigen, aber das ist momentan zumindest erst einmal die erste Station, die ich mir zumindest angucke. Von den Wellen her könnte man sagen 1, 2, 3. Dann hätten wir jetzt hier im Endeffekt die 4 und dann bilden wir die 5 nochmal. Ich bin kein Elliott-Waver, aber jetzt nur mal so von der Theorie. Weiß ich nicht, könnte mich gerne korrigieren. Würde es wahrscheinlich auch ungefähr passen. Dann, Blick auf den Daily Chart. Wie sieht es da aus? Wir bilden auch hier momentan noch höhere Schlusskurse. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir hatten zwar gestern jetzt nochmal so einen größeren Wig, aber dass es alles nicht so schlimm wichtiger ist, wie die Daily Candle schließen. Wir hatten davor einen Daily Close über der 21.091 US-Dollar-Marke. Sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben nicht nur die Liquidität darüber abgegriffen, sondern es passt auch charttechnisch dazu. Okay, wir sind jetzt momentan in einem größeren Abtrend. Sieht alles gut aus. Jetzt wird es natürlich wichtig, auch im Endeffekt diesen Trend dann zu halten. Bricht dieser, ist das für mich ein eindeutiges Short-Signal. Und jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz den Weekly Chart an. Hier ist es im Endeffekt auch wichtig, auf jeden Fall über der Marke, warte, jetzt muss ich selber mal ganz kurz gucken, über der Marke von 21.085 Punkten zu schließen. Also das zeichne ich mal ganz kurz hier ein. Das ist die Marke. Darüber wäre es wichtig zu schließen. Ansonsten heißt es für mich, okay, wir haben uns die Liquidität hier drüber geholt. Kein guter Weekly Close, wenn wir hier einfach drunter schließen. Und dann sehe ich für nächste Woche erst einmal auch aufgrund der ganzen News, die im Endeffekt kommen, CPI-Daten, Midterm-Wahlen, Hypotheken etc. Könnte das dann im Endeffekt eine größere Korrektur einleiten und wir gehen doch nochmal tiefer. Ich schreibe natürlich weiterhin, ganz ehrlich, will ich auch ehrlich zu euch sein, die 17K oder 16K weiterhin nicht ab. Hat einfach den Aspekt, wir haben einfach sehr, sehr viel Volumen da unten und das müsste meines Erachtens weiterhin immer noch gefischt werden. Denn auch wenn momentan zumindest alles erst einmal nach einer Bodenbildung aussieht, für mich ist hier unten einfach zu viel Volumen immer noch, was es abzugreifen gibt. Ein letzter Wig, haben wir ja schon drüber gesprochen, über das Wyckoff-Pattern, einfach mit dieser Spring-Phase und dann im Endeffekt erst die Rallye starten, um nochmal alle wirklich aus diesem Markt rauszuwischen und dann eine Rallye zu starten. Gut, das war es zu Bitcoin, was ist wichtig für Weekly und Daily Close, haben wir jetzt drüber gesprochen. Schauen wir uns noch ganz kurz Ethereum dazu an. Schauen wir mal, wo wir da momentan stehen, bei ungefähr 1620 US-Dollar hier, im Endeffekt auch so eingeträgt, wie wir uns das gewünscht haben. Wir haben ein Höheres hochgebildet, wir haben die Ineffizienz rausgenommen, hatten aber hier oben jetzt noch ein sehr, sehr hohes Volumen. Wir haben weiterhin eine 4-Stunden-Bearish-Divergence, auch hier so eine Art Bull-Flag, die wir momentan auf dem 4-Stunden- oder auch auf dem 1-Stunden-Chart ausbilden. Wird interessant zu sehen sein, ob wir hier dann wirklich jetzt mal die nächsten Stunden ausbrechen, möglicherweise einen Retest kriegen und dann versuchen, ein Höheres hochzukriegen. Und da ist dann auch ganz, ganz wichtig, 4-Stunden-Chart. Kriegen wir hier einen Schlusskurs über dieses letzte Hoch, ich mache das mal ganz kurz weg, bei ungefähr, wo haben wir es, bei 1678 US-Dollar. Kriegen wir hier einen Schlusskurs darüber mit einem 4-Stunden-Close, ist es bullisch. Kriegen wir ihn darunter, heißt es für mich, Liquidität abgegriffen, Trendwende, Doppeltop. Und dann kann die Reise auch ganz, ganz schnell nach unten hingehen und wir sehen uns hier in der Region um 1550 US-Dollar wieder. Momentan zögere ich hier noch mit irgendwelchen Long-Positionen, auch wenn hier eine Bull-Flag momentan ist. Ich bin einfach kein Pattern-Freund, beziehungsweise kein Pattern-Trader. Ich zeichne es gerne ein, aber ich bin da einfach kein Fan davon, aufgrund irgendeiner Bull-Flag oder sonst irgendwas hier reinzugehen. Vor allem nicht am Wochenende. Also im Moment, Idee ist, wir gehen hier nach oben, holen uns die Liquidität auf dem 4-Stunden-Chart, schließen drunter, das ist ganz, ganz wichtig, und setzen dann zum Doppeltop nach unten hin an und gehen dann in Richtung 1550 US-Dollar. Das kann ich mir sehr, sehr gut für den Montag und Dienstag auf jeden Fall vorstellen. Noch ein bisschen Unsicherheit, einfach nochmal diese Korrektur möglicherweise zu kriegen, bevor wir dann Mittwoch, Donnerstag eventuell deutlich, deutlich positiver schließen aufgrund der CPI-Daten. Dann schauen wir uns XRP an. XRP weiterhin nicht mal in Entry abgeholt. Und hier traue ich momentan ein bisschen nach, aber auch hier gilt im Endeffekt das Gleiche wie bei Bitcoin und Deferio. Ein höheres Hoch ist hier auf jeden Fall noch drin, mit dem Volumen, was hier unten auf jeden Fall gebildet wurde. Also die Liquidität hier oben könnten wir uns noch holen, in dem Bereich der 0,51, bevor wir dann auch hier einen Doppeltop kriegen und dann die Korrektur bis in den Bereich der 0,46, das ist dieser Bereich, den wir schon darüber gesprochen haben, noch einmal antesten. Also es ist noch nichts raus hier. Dann, Blick auf Matic, kommt gleich nochmal eine ausführliche Chartanalyse bei CryptoGuru, also da auch gerne vorbeischauen später. Link kommt sowieso dann automatisch in die Telegram-Gruppe. Aber auch hier haben wir im Endeffekt die gleiche Möglichkeit. Hier warte ich sogar noch oder bin wirklich am Überlegen momentan, ein Short hier oben dann zu planen bei ungefähr 1,30, um diesen WIG hier oben abzuholen. Auch hier, 4 Stunden Close darunter, wäre einfach bearish. Wir haben die Liquidität abgefischt, dann hätten wir ein schönes Doppeltop und könnten unten in den Retest bei ungefähr 1 Dollar gehen. Das ist momentan für mich mein Primärszenario hier, einfach aufgrund auch diesen ganzen Pump wieder aufzufüllen. Wir hätten ehemaligen Widerstand, der Support flippen würde, wäre für mich sehr, sehr bullisch momentan. Das wäre, wie gesagt, das Primärszenario und das schauen wir uns dann, oder bitte halte ich momentan auf jeden Fall noch im Auge, noch so ein letzter WIG bei Matic, um dann im Endeffekt nochmal hier oben die Shorts zu killen, die schon short reingegangen sind, weil hier oben liegt eine Menge Volumen. Das sehen wir auch an der Volumenkernel, das heißt, hier sind sehr, sehr viele Short gewesen oder sind immer noch Short und das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Okay, dann Chainlink noch, ganz kurzer Blick. Wir sind über die 8,50 Marke gekommen, aber auch hier war im Endeffekt der Grund, warum ich keinen Short gemacht habe, das Volumen. Viel, viel zu krasses Volumen hier momentan. Ich warte jetzt hier, dass wir uns möglicherweise hier nochmal die Hochs hier oben abfischen. Im Endeffekt haben wir jetzt überall das gleiche Bild. Ich möchte überall die Hochs abgefischt haben, mit einem 4-Stunden-Close am besten da drunter, um dann eine Short-Position zu machen und dann im Endeffekt die ganze Rally wieder nach unten hin zu shorten. Dann müssen wir nächste Woche schauen, wie sich das Ganze im Endeffekt ausgibt. Gut, das war es von meiner Seite. Also von mir aus gerne, schaut euch diesen Wochenausblick an, ist sehr, sehr wichtig. Würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr gerne einen Kommentar unten dran wisst, wie eure Meinung dazu ist. Ansonsten ganz kurz die News, Santander Bank möchte, dass Kunden mit neuen Crypto-Limits sicher bleiben. Ja, ganz bestimmt wollen die das deswegen, dass alles natürlich sicher bleibt. Deswegen decken die das zumindest in Großbritannien, glaube ich. Ja, lest euch den Artikel gerne durch, beziehungsweise müsst ihr ja gestern auch schon in die Telegram-Gruppe gekommen sein. Wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne dazu. Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wahrscheinlich wieder. Bis dahin, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Stay Crypto.